Leute, willkommen zu diesem neuen Video vom Kanal. Ich habe im letzten Video einmal hier so ein neues Haus gebaut, das hier. Und ich würde sagen, wir sammeln direkt mal hier ein bisschen Material ein. Ich habe hier schon alles so unterhüllt. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch Minecraft spielt oder was anderes spielt. Das würde mich mal interessieren. Und ob ihr Tipps habt, wie ich meine Fähigkeiten verbessern kann. Ja, und auch gerne mal Vorschläge, was ich alles so bauen kann, Video-Vorschläge. Würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreiben würdet. Und ich würde sagen, es geht direkt mal weiter und wir bauen direkt mal los. Ich würde sagen, ich baue jetzt mal ein bisschen höher und setze direkt mal eine neue Decke ein, beziehungsweise Boden. So, ich gehe jetzt hier mal hoch, zack. Dann gehen wir hier mal kurz einmal hoch. Ich muss das hier kurz mal abbauen, dass ich hier hoch kann. So, oh, das ist noch ein bisschen zu. Gibt es auch so? Ne, das muss man einmal ein bisschen noch höher machen, die Treppe. Ähm, das auch mal weg. So, perfekt. Das einmal abbauen. Okay, jetzt kann ich hier hoch gehen. Ähm. So, dann bauen wir einmal hier hoch. Die Treppe ändere ich vielleicht auch noch ein bisschen. Die ist ein bisschen komisch, egal. Dann bauen wir hier einmal hoch weiter. Fangen wir mit dem Grundriss an. So, zack, zack, zack. Und einmal hier weiter. Zack, zack, zack. Zack, zack. Habe ich fast nichts mehr. So, jetzt muss ich mal kurz abbauen gehen gleich. So. Dann gehe ich mal kurz zurück. Baue ein bisschen Material noch ab. Und dann geht es direkt gleich weiter. Ich würde sagen, hier einmal abbauen. Hier, wo der Rasen ist, darf ich, kann ich nicht. Weil dann ist hier gleich so ein kleines Löchlein. Und das möchte ich nicht. Also dann ist praktisch keine Treppe mehr richtig. Ah, das meine ich. Äh, das brauche ich nicht. Das ist nicht schön. Dann bauen wir einmal hier ab. Ja, hier ist das nicht. Perfekt. Baum, wir, ah, schon wieder. So. Dann einmal noch hier ein bisschen abbauen. Und ich glaube, da hinten. Hier ist gut. Hier geht er nicht einmal weitermachen. Ich würde sagen, ich baue jetzt so wieder bis 64 ab. Weil ich möchte halt nicht so lange abbauen. Sonst ist es langweilig für euch. Deswegen verkürze ich das immer ein bisschen. Und baue lieber öfter ab. Als einmal sehr viel. Das ist halt eine bessere Idee. Als das jetzt hier alles so lange zu machen. So. Jetzt habe ich schon 35 Blöcke. Ähm. Jetzt bin ich nicht mehr viel bis zu 64. Einmal hier alles abbauen. Zack. 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 So. Jetzt habe ich wie viel? Jetzt habe ich 53, 54. So. Jetzt sind wir gleich fertig. So. Okay. Jetzt haben wir schon gar mehr als 64. Jetzt gehe ich einmal zurück. Zu meinem Haus. Hier ist es hier nicht schön hell. Und wir bauen dann einmal direkt weiter. Hier seht ihr dieses Riesenhaus da hinten. Das geht über die Wolken. Also wenn Wolken da sind. Auf jeden Fall ist es sehr sehr hoch. Das habe ich alles hier gebaut. Das könnt ihr auch gerne in anderen Videos von mir nach. Anschauen wie ich das alles gebaut habe. Wie das alles entstanden ist. Es war wirklich sehr 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 viel Arbeit das zu bauen. Wird mich freuen wenn ihr das anschauen würdet. So. Dann geht es einmal hier weiter. Zack. 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 Hier noch ein bisschen. Okay. Ups. Ich baue mir hier mal kurz eine Treppe. Und dann baue ich einmal hier höher. Hier noch ein bisschen drauf tun. Und dann haben wir auch gleich die nächste Etage gebaut. Dann fehlt nur noch die Decke. Die werde ich jetzt gleich einbauen. So. Mir fehlt auch jetzt nicht mehr viel. Ich gehe jetzt noch mal kurz ein bisschen Material abbauen. Das habe ich schon wieder nichts. Das geht so schnell immer. Mit dem Verbauen. Das ist Wahnsinn. Man kann irgendwie nie genug Material haben. Ich baue hier mal kurz alles ab. So. Okay. Immer hier. Dann einmal hier alles. So. Das ist einmal fertig. Okay. Dann hier noch ein bisschen. Das obere möchte ich nicht verleihen. Da ist ja der Rasen. Das heißt. Es ist direkt oben. Und dann habe ich halt wieder ein Loch in der Boden. Dann hier ein bisschen abbauen. So. Das reicht erstmal. Glaube ich. Ja. Ich mache wieder auch bis 64. So. Leute. Jetzt können wir gleich weiter bauen. Leute. So. Hier noch ein bisschen. Zack. Gleich da hinten einmal. Okay. Ja. Jetzt haben wir schon genug. Gehen wir mal zurück. Und dann geht es direkt einmal weiter. So. Einmal hier hochgehen. Und einmal weiter bauen. So. Zack. 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 Hier hoch. Und dann einmal hier hoch. Habe ich hier schon eine Treppe gebaut? Ja. Habe ich schon. Okay. Dann wollen wir einmal hier höher. Zack. 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 Aber wir sind ja glaube ich schon hoch genug. Oder? So. Nur das einmal fertig bauen hier. Und dann kann ich direkt die Decke einziehen. Glaube ich. Mal gucken. Eins. Zwei. Drei. Ja. Perfekt. Perfekte Höhe. So. Dann einmal hier fertig einbauen. Zack. Zack. Ganz schnell einmal. Schnell Durchlauf. Ups. So. Das einmal weg. Das gehört hier nicht hin. Und einmal hier. Und so. Fertig. Zu. Okay. Jetzt würde ich sagen. Jetzt hätte ich gar nicht zumachen müssen. Bauen wir einmal das hier nochmal kurz auf. Damit ich hier hoch gehen kann. Und mach dann einmal hier. Ähm. eine Treppe. Eine Treppe. So. Eine Treppe. Sollen wir einsammeln alles. Okay. Gehen wir einmal hier hoch. und machen direkt hier noch. Und machen direkt hier noch. Und machen direkt hier immer weiter. Und machen direkt hier immer weiter. Die Balkone kann ich vielleicht andere mal machen. Aber ich würde sagen. Es geht erstmal weiter hier mit dem Haupt. Mit dem nächsten Etage. So. Zack. Nehmen wir hier noch. Okay. Jetzt sind wir fast durch. Das muss wieder weg. Und noch zwei weitere. So. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Jetzt gehe ich einmal. Ähm. Hier runter. Runterspringen geht glaube ich nicht mehr. Wir sind schon zu hoch. Ja. Oder habe ich jetzt. Leute. Habe ich jetzt im falschen Haus heute geworden? Leute. Ne. Okay. Alles gut. Dann springen wir einmal hier drauf. Zack. Und einmal hier runter. So. Dann sammle ich hier nochmal kurz ein bisschen was ein. So. Okay. Jetzt sammle ich wieder so bis 64 ein. Okay. Dann hier noch ein bisschen. Und dann wird es auch gleich wieder reichen. Haben wir jetzt wieder bald genug. Ich sage mal wieder 64 ein. Okay. Noch ein bisschen hier. Okay. Jetzt haben wir sogar 65. Jetzt gehen wir einmal wieder zurück. Und bauen einmal weiter. Dann einmal hier hoch. Zack. 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 Einmal das hier. Zubauen. Zack. Ganz schnell. Hier unten sehe ich gerade war noch ein bisschen was. Ich bin jetzt schon wieder so hoch. Hier sieht man auch generell mal so ein Überblick. Das finde ich richtig toll. Vielleicht mache ich das mal schauen. Aber dafür brauche ich glaube ich andere Möglichkeiten mit dem abbauen. Weil es dauert zu lange hier. Da muss ich irgendwie andere. Ähm. Anderes Werkzeug haben. Ich mache mal kurz hier eine Treppe rein. Sonst komme ich hier wieder nicht hoch. So. Einmal eine andere Treppe. Okay. Bauen wir hier einmal wieder hoch. Zack. Zack. Hier oben ist auch mal ein riesen hohes Hochhaus da vorne. Das ist wirklich unfassbar hoch geworden. Das war sehr viel Arbeit das zu bauen. So. Jetzt gehe ich einmal zurück. Ich habe jetzt keine Materialien mehr. Und baue noch ein bisschen was ab. Den springe ich mal kurz drauf. Zack. Und jetzt baue ich ein bisschen hier alles ab. So. Hier noch ein bisschen. Okay. Kann ich auch ein bisschen ab. Ich habe hier schon richtige Gänge gemacht. Das finde ich toll. Ich würde sagen, ich weiß jetzt noch nicht, wie viel ich jetzt auf einmal abbaue. Jetzt nicht so viel auf einmal. So. Ich glaube, das reicht. Ich gehe jetzt hier mal hoch wieder in mein Haus. So. So. Einmal hier hoch. Zack. Dann mal hier hoch. Dann hier hoch. Und dann hier hoch. Okay. Dann bauen wir hier einmal. Oder ich mache hier nicht weiter. Ich mache einmal jetzt hier zu Ende. Zack. Zack. Mal schauen, wie die Höhe ist. Eins, zwei, drei. Ja, die Höhe ist auch perfekt. Kann man hier direkt das Dach einmal fest. Ein bisschen drauf anfangen. So. Okay. Leute, ich glaube, ich beende jetzt das Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.